TVA ist eine private, französischsprachige Sendeanstalt in Quebe, Kanada. Regionale Ausgaben gibt es nur für Quebe, obwohl die regionalen Ausgaben von Rivière-du-Loup und Carlton-sur-Mer mit Hilfe von Sendemasten auch in New Brunswick übertragen werden. Seit 1998 ist es über Kabelfernsehen in ganz Kanada empfangbar. Es wird oft als französischsprachiges Äquivalent zu CTV gesehen. Obwohl das Logo von TVA dem von CTV ähnelt bestehen und bestanden nie Beziehungen zwischen den beiden Sendeanstalten. Die Sendeanstalt gehört der Gruppe TVA Inc. an, die wiederum zur Quebe-O-Media-Gruppe gehört. Slogan Aktuell CVRAI Ehemalig Lesens De La Tele Le Resort DICI Sendestationen TVA-Besitz CFTM Montreal Quebe CFCM Quebe City Quebe CHLT Sherbrooke Quebe CFER Rimowski Quebe CJPM Sagnai Quebe CHEM Treus Revires Quebe Weitere regionale Ausgaben CFEM Ruin Noranda Quebe Schau Kalten Quebe CIMT Rivière-du-Loup Quebe CHOT Kateos Quebe Ottawa Ontario Unabhängige Sendestationen CKXT Toronto, Ontario Dieser Sender gehört zu TVA und SUN Media